Gell? Voll hübsch! 3 2 1 Der lächerlichst der ist Weil die auf 15% ist, geht auf die Mops einfach drüber Ach, da ist schon drin Genau, steht ein bisschen verteilt, damit diese komischen Dingsbums wirft jetzt die Tussi weg Einfach zusammenziehen, bomben, mal Failcaster, hinten ist Fokus target immer Jetzt Fokus und Metamorphosis Der Kaster gemerkt Das kann gedotcht werden einfach Metamorphosis Fokus Ach, da oben kommt Ja, ich nehme nur den Halt, ne Weil ich muss den Halt Pst Dann nehme ich den Nähnchen Kicken Ja, wir haben Den zweiten und sofort Ich zieh den Nähnchen Ich zieh den Nähnchen Der Kerber und wir sind immer besser Oh, weiß ich nicht Wir müssen noch ein Focaster Oh, warte Wir müssen noch mal ein bisschen was auf die Dingsbums kriegen Auf die Siege Engine Dann können wir die erste Kiste machen Mal durch den Panzer, der mich schmacken Ne, ich bin der Zweite Der muss, ist das der Crusher der gefokust werden? Ja, der geht vor Der geht vor Der geht vor Bist du? Oder irgendwas? Ich nehme die erste Kiste Ach das Schade Ja, Rob greift man den Halt Nicht von vorne dran Ich habe die hinten auch noch einen Also jetzt um die zwei Kicken wir den Halt mal und dann um die Kicken wir Ich nehme die zweite Kiste auch Ja Kicken wir jetzt Umdruck Mach ich Was? Weiter Wie das ist Wir sind jetzt gegen rechts Feuer Artillerie kommt Wir haben einen Kanon Der kann aber auch nicht zu lange legen Oder? Nein, die macht nicht kaputt Oh, alle drauf, die liegt auch inzwischen. Bitte, warum schießt ihr auf die Kanone? Schießt meistens die Gruppe? Nein, die macht Schaden auf unsere Kanone. Wieso ist gar nicht die? Macht aber auch an die Schaden auf die Kanone. Gott. Sehr dank ihm, ne? Ich kann sie nehmen, respekt. Ich hab den neun, achso. Nein, dann fokuss noch bitte den Schaden, der ist eigentlich nicht mehr. Totkopf, dann. Rück von den Boxen. Oh, den nächsten Schnellkill. Schockenpanzer. Schockenpanzer geworden. Der bleibt hier hinten. Geiß es der, wer komische Feuerscheiße macht? Ja. Kommissiver ist. Von dem Einschlagpunkt jetzt so weit, dass es den weg ist. Kickt der jetzt mal. Nehmt du Beigeweiler? Ja. Den hinteren Playcaster gekickt. Kommt, dort wollen wir die Däten. Mach, mach, mach. Ja, jetzt hat's. Ja, wie gesagt, DPS. Wir haben so viele Heiler. Ich mach es einfach. Ich bin eh schnell mit Doppelblinkung-Speed. Jetzt ticken wir weiter. Und da hinten kommt wieder so ein Säure-Typ. Und da hinten kommt wieder so ein Säure-Typ. Doppelblinkung zu gehen. Da haben wir nicht entscheiden, ob das... Doppelblinkung zu gehen. Ja, truppelblinkung. Truppelblinkung. AusAAAAHRYU Kommt, glaub ich, da schneller? Muss es sein. Jetzt. Arte D عليه. Nichts. Dein Ranges... Milis auch. Milis auch, ja. Super drauf. Wie lange dauert der Kampf, weil ich noch 2. Erschüsssäge Jetzt nur noch eine und da war's was Das war ja gut, dass er das reinkommt, ne? Ja Guckt, dass er den Berserker weg macht 2. Berserker Nächster Demolischer kommt, glaube ich Ja, der Demolischer kommt, links Demolischer Demolischer Okay, Kaka auf die Kichern Die Wernschneider Demolischer Demolischer Echt Image Milie, Fahrzeug kommt. Ah ne. Mit der Barfose-Tipp, danach im Drück. Sollte haben wir gesehen, aber schon im Zweichen. Nur mit einer Siege-Kill. Brauchen wir glaube ich gar nicht mehr, wenn er jetzt noch Maschist ist. Doch, eine brauchen wir. Doch, eine brauchen wir. Da hinten steht die Kiste, falls wir looten wollen.